Okay, wenn du bereit wärst, dann können wir es noch mal probieren. Ich bin nie bereit, also. Gut, dann versuche ich dich hier hochzuheben, mal schauen, ob das reicht. Okay, ja, super. So, okay, Matsch. So, haben wir dich gut, gell? Was haben wir jetzt? Dann mit einem ganz kleinen Schritt nach vorne, pass auf den Faden auf, dass du nicht direkt nachschlägst. Ja, ich versuche es, ich hoffe, ich rutsche da nicht aus in dem Stand. Dann probieren wir das jetzt. Okay, los, schön. Sehr gut. Das wird schneller. Jawohl, geschafft. Darf ich mal so was? Ja, jetzt halb los. Boah, krass. Boah, das ist geil. Achso, ich muss noch die Beine fahren. So, da kommt man praktisch gerade her. Boah, das ist supergeil, Moran. Schön. Und jetzt fliegen wir hier so am Hang entlang. Hier haben wir keine Höhe gewonnen. Boah, das ist total entspannend. Schön. Ich finde es mega cool. Hast du es bequem, einigermaßen? Ja, ja. Das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Ja, das Schwierigste ist der Start, gerade im Trieb. Ja, das ist eine kurze Überwindung, aber... Ja, ja. Hier, über die Gebelspitze. Das ist natürlich auch malerisch für dich als Kletterer. Geht das so mit den Kurven für dich? Ja, ja. Das ist lustig. Gut. Lustig. Das ist ganz schön der Wind. Das ist der Vater. Ja, das sind unsere 40K-Fahrer. Das ist ja eine geile Perspektive. Ja, oder? Das ist mega geil. Ich greife mal links. Das ist schon ein Masterborn-Feeling. Das ist nicht wahr. Ja, das ist so. Ganz dezentlich. Ja, ist nicht schlimm. Ja, hier ist eigentlich ein Stück. Dann greife ich jetzt rechts. Sobald ich mich daran gewöhne, dass dieses Gefühl normal ist. Dann fliegen wir jetzt auf dem Grundstein-Zoo. Aber da kommen wir nicht drüber, oder? Nee, drüber kommen wir nicht. Nee, ich auch nicht. Darf ich meine Hand davor drüllen, einmal? Ich gehe jetzt mal in der Gleckchen. Das ist mega cool. Ja, ja. Das ist mega cool. Ja, ja. Ich gehe jetzt mal in der Gleckchen. Und jetzt fliegen wir noch über den Grat. Schauen wir mal, ob der zufällige thermische Aufwind geht. Hier zum Beispiel. Das gefällt mir richtig gut. Hier ist jetzt ganz minimaler Aufwind. Super schwach. Und jetzt fliegen wir noch mal in den Grat entlang. Jetzt kannst du den Karabin auch überall hinmachen. Ich mache den am Hund fest. Genau. Das hätte man gleich machen können. So, von oben einfach. Und dann können wir jetzt den Landeplatz abfliegen. Wo ist das? Da, wo der Windsack ist, die große Wiese im Prinzip für die nächste Baupreie. Da, wo der Wind ist. Den Grund, der hängt vor allem. Da kann man gleich sein. Der ist nicht mehr. Weil die mich am besten irgendwo festzummen. Wo ist aufhören? Warte. Du hast ja eh getragen. Das wird so. Ah, witzigerweise ist hier ein bisschen tragisch. Ah, aufhören. Das ist erperkt. Bisschen soll man aufgehen machen. Ja, wo der war. Na, wo der Wind. Aber in die Fische. Oh, René. Dann raus einfach aufhören. Wird also nicht selber noch berichtet. Also ganz nombreux gibt es Das ist echt eine richtige... So, das war's dann aber auch mit Auswind. Muss ich schauen, dass wir da noch über die Bäume nicht überfahren. Ich guck mal da über das trockene Zeug, weil wir ganz viel Glück haben, wenn's da noch ein Auswind. Aber wahrscheinlich nicht. So, vor dem Weg, wir machen jetzt eine X-Kurve. Und nochmal mal hierzunehmen. Okay. So. So. Rechtsab, du kannst die Beine schon mal hochnehmen. Was ist denn das Test? Oder? Ja. So, Beine hoch, Beine hoch. Jawoll. Ach so, also doch Beine hoch. Wusste ich... Ach so, ich dachte, man läuft das aus. Ich wusste jetzt nicht, ob ich laufen soll oder ob ich sitzen soll. Hat der Sicht heute fast. War voll cool woran, danke. Das war so geil. Sollen wir, dass wir hier vom Platz kommen, dass die anderen... Jetzt hast du mich angefixt.